Pass auf dich auf. Wir sehen uns in Nova Prospect. Jawohl. Tschüss, Alex. Okay, bevor es losgeht, solltest du dir ein paar Medikits und etwas Munition holen und dir nochmal auf der Karte ansehen, wo es lang geht. Im Wagen befindet sich hinten ein Moon-Behälter, falls dir das hilft. Wenn du im Wagen bleibst und die Klopfer nimmst, sollten dir die Ameisenlöwen nichts können. Ich sag der nächsten Basis, dass du unterwegs bist. Die Karte ist veraltet, aber der Weg nach Nova Prospect ist noch zu sehen. Die Straße jedoch, naja, kein Kontakt mehr. Oh, äh, Entschuldigung. Ich wollte die Grange unhyplich sein. Küste an LLO. Küste an New Little Odessa. Bitte kommen, Odessa. Hallo, Dr. Freeman. Der Wagen steht bereit. Steig ein, dann lass ich dich runter zum Fran. Aber ich bin auch mein... ... ... ... Gut, es geht doch. Ich verstehe, es ist sechs. Nein, sechs fahren. Nein, sechs fahren. Mit der Magnetversorg festhalten. Tut mir leid. Oh, oh, come on. Oh, oh, oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Nein! Nein, 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 nein. Oh. ène! Oh, je suis mort! Die ist unsichtbar, oder? 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 Die ist unsichtbar, oder?